Ich komme ja schon Komm zurück, komm zurück Hey warte mal Felix Ja? Bist du ein dummer Wichser bist du ne? Wo bist du? Hä? Hä? Hör auf man, ich hab gerade alles aufgebaut Willst du mich verarschen man? Felix ich weiß genau dass meine zwei Weiber dich da drin setzen Du Arschloch Hallo liebe Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft CrazyCraft Zusammen mit dem Rewinside Guten Tag, hallo Hallo, guten Tag Was ist los, wieso bist du so schlecht drauf? Na wenn ich in die letzte Folge ein bisschen Scheiße gebaut hab Ja du hast ziemlich viel Scheiße gebaut Leute Guck mal jetzt hab ich hier nen Rucksack der ist komplett voll geballert Da ist nämlich auch noch Rewis Rucksack ist da auch noch drin Ich musste ihn komplett hier, äh musste ihn jetzt hier retten Beziehungsweise ich bin gerade, wir sind hier Wir haben so nen mega geilen Skin in der letzten Folge gefunden Dessen Boden einfach aus Eisen besteht Hier Block of Iron Ultra nice, nimmt dabei jetzt gerade noch so ein bisschen was ab Unten sind die ganzen Vögel unterwegs Oh Ist da unten deine Freundin irgendwie? Oder eine von deinen Freundinnen? Die sitzen eigentlich bei dem Helikopter Also es wäre schon nett, wenn die jetzt mal langsam mit meinem Stoff zurückkommt Die haben mir wirklich gesagt Ich soll sie auf gar keinen Fall zu dir zurückbringen Und das kann ich auch einfach echt gut verstehen Ich hab, komm ich hab schon genug durchgemacht in letzter Zeit Du hast ihn wirklich schwer meinst du, hör was Ich hab nen Verlust ereignet, Alter Ich hab schon genug wie gesagt durchgemacht Und die beiden werden mir auch sicherlich fehlen Also es kann halt nicht sein, dass du die jetzt einfach nicht mitbringst Absolut sein, ich kann die umbringen wenn ich will Ich kann sie zu einem besseren Ort bringen Alles ganz genau so wie ich das machen möchte Wird das passieren und weg kann ich das machen Das ist ja wohl klar Felix? Ja? Ich rate dir eins, bringen sie mir zurück Sonst gibt es ewigen Streit, willst du das? Möchtest du jetzt in ein Projekt wo wir quasi gemeinsam arbeiten Musst du Streit anfangen? Wieso denn Streit? Wieso sollte ich denn Streit machen du? Mein Lieber, ich hab doch gar keine Eine andere Frage, ich hab nicht genug Sprit Um nach Hause zu kommen, ich brauch nur einen Sprit Ja dann musst du dir welchen machen mit Charcoal Charcoal? Das heißt man macht sich Charcoal Und dann macht man das mit Eisen kombiniert man das oder wie ist das? Ne 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 du kannst einfach in den Kanister reinmachen Achso ist der Kanister noch da drin? Ja Einen müsste ich auch fallen gelassen haben in der Theorie Ok ne, ich hab aber keinen aufgesammelt soweit ich das gesehen hab Alter hier ist so viel Eisen, das hört nicht auf Hier ist so ungendig viel Eisen in diesem Skin Das ist doch gut Wir werden wahrscheinlich nie wieder Eisenprobleme haben Selbst wenn wir mal, ich hab jetzt schon 34 Eisenblöcke Iron! 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 Ich denk immer da kommt Lava raus, aber es ist nur dieser Anti-Block Der da irgendwie direkt über den Blöcken ist Felix hat einfach schon 34 Eiran, das ist richtig lecker Sehr gut, sehr gut Felix, bin stolz auf dich Ist auch gesund, ist auch gesund Manche Leute so wie Revinzeit, die stehen halt da oben drauf Bauen sich runter Wie dumm war das denn? Du hast dich auf den Block gestellt Der logischerweise der Boden des Skins war Weiß ich doch nicht Und bist da runter gefallen, der ist doch ein richtiger Meinungshof-Anfängerfehler, wäre nur noch besser gewesen, wenn das Lava gewesen wäre Dann, wo soll ich das denn wissen? Richtiges Opfer bist du Wirklich, also tu mir leid, das ist ja mal richtiges Opfer-Ding, was du da irgendwie gemacht hast Da hab ich ja auch irgendwie gar kein Mitleid oder so mit dir Aber es ist halt wirklich einfach ziemlich dumm gewesen Kann man nicht anders sagen, kann man nicht anders sagen, muss ich leider rechnen So, ich mach noch den Stack, mach ich ihn nochmal voll vom Eisen Dann hab ich hier auch gleich, dann haben wir 4x64 Eis Das heißt 9 Stacks von Eisen-Ingets haben wir dann Mega nice, das sollte für eine lange, lange Zeit reichen, denk ich mal Und hier 61 Joa, davon ist auf jeden Fall auszugehen Dann geh ich hier immer wieder hoch Wir brauchen auf jeden Fall Gunporters, müssen wir auf jeden Fall mal hinbekommen Dass wir uns mal Gunporter irgendwie klären Denn ohne läuft halt nicht Wir müssen erstmal wieder in den Antiblock hier reingehen Durch den Antiblock rein, achso, das ist ja gar kein Boden mehr Dummbatz-Dinner Wahrscheinlich ist hier Dummbatz, Alter, ich bin ja nicht gestorben Ich sag das so gar nichts mehr, dafür farm ich hier schon richtig gut Gold-Apfe, Alter Repopulation, guck da, das ist wirklich mal was fürs Dorf, Alter Hä, wo, wie kriegst du die ganzen Gold-Apfe gerade an den Start? Wie machst du das? Die landen hier einfach vom, kein Scheiß, die fallen hier einfach runter Vom, ähm, vom Baum, ja, ja Nice Also ich hab hier ganz viele Eipfel-Bäume gepflanzt Und hier fallen immer weiter Gold-Apfe runter, deshalb, ähm, gar nicht so schlecht Hört sich gut an, mein Lieber, ich bin auf jeden Fall stolz auf dich Ich würd jetzt auch vielleicht, äh, ich versuch jetzt nach Hause zu kommen, okay? Wär auf jeden Fall mal angebracht und auch vor allem Netz, ja Hier ist leider halt kein, ne, hier ist leider nix da, der, äh, dermaßen Äh Ich könnte halt, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen am überlegen, ob ich dir wirklich deine Freundin zurückbringen soll, weil ich hab... Felix, ich liebe diese Frauen, wenn du die nicht mit zurückbringst, dann kriegst du echt Ärger mit mir, Alter Wieso denn? Wieso denn? Du weißt, da sind, da sind Menschen und die haben auch ihren eigenen Willen und du kannst nicht deren Willen so aufzwingen Ja, du hast doch denen gesagt, dass die zuhause bleiben wollen, die können überhaupt keine, die sprechen gar nicht an ihren Sprache, Alter Nein, ich hab gefragt, ob die es wirklich wollten, die haben aber einfach einzig und allein daran gelegen Ach, jetzt hör doch mal auf, hier irgendjemand was auszudenken, damit du jetzt hier dir Stress machen kannst, Junge Komm jetzt mit den beiden zurück und alles ist gut Ist klar? Mir geht's einfach darum, ich hab ein bisschen Sorge, dass das, dass das einfach komplett gegen deren, deren Willen ist, was du hier irgendwie veranstaltest Willis, die haben sich ja für mich entschieden, das sind ja selber schuld, Alter Selber schuld, guck, du sagst selbst schon, dass es irgendwie keine so gute Sache ist irgendwie so mit dir Wenn du das selbst schon erkennst, du Psychopath Ich hab die hier ins Dorf gebracht, Alter, die sind sehr glücklich, okay? Guck mal, die denkt, die sagt ja Nein, 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 ich bin nach Hause, lass mich frei Ja, nach Hause, zu mir, zu ihrem Engel Das sagt sie Ja, zu mir Und die andere auch Nein, in ihr Zuhause, Mann In ihr Zuhause Das will sie Willis, sie haben auf der Straße gewohnt, ich hab ihnen ein Zuhause gegeben Ich glaub, ich spinne Was erzählst du noch für ein Unfug? Willis, das sind zwei wirklich nette Frauen Bringen sie bitte zurück, okay? Ich vermisse sie Nein, nein, nein Willis Nein, nein, nein Sie werden nicht Ich werd Wenn du jetzt ohne die wiederkommst, haben wir richtig Streit, Alter Ich überleg's mir noch mal, okay? Junge, Junge Ich hab arge Gewissensbisse, wenn ich das hier irgendwie machen sollte Junge, das sind meine Freundinnen, du kannst sie nicht einfach abschieben, das ist meine Entscheidung Das ist nicht deine, das ist ein allererster Ich geb dir da auch nicht in deine Beziehung easy rein, Alter, mach ich hier auch nicht Ja, das würde... Ich möchte mich hier auch in keine Beziehung ein, ich geh einfach nur Wenn die mir was sagen, dass ich irgendwie, dass ich hier unwohl fühle, dann sag ich ja, okay, kann ich nachvollziehen Das haben die doch gar nicht geäußert, du denkst dir irgendwas aus? Denk mir gar nichts, denk ich mir aus Ach natürlich, super dreist, was du hier tust, Felix Super dreist Nein, 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 nein Doch, doch, doch Das ist komplett falsch Das ist komplett falsch Das ist Scam hier, Alter, wirst du nur noch verarscht von allen Leuten, ich sag das hier Wer wird denn hier verarscht? Ja, ich von dir, Mann Das ist doch... Das ist doch.. Du willst mir meine Beziehung kaputt zu denen Nein, 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 nein Doch, genau das tust du im Moment Was ist das denn hier für ein Schwein mit nem komischen Hut drauf? Boah, überall Eisen Es hört nicht auf, jetzt noch ein skin mit Eisen Echt? Wirklich noch ein Skin mit Eisen, ja Und noch mehr Eisen hier drin Enderpearl, Dust, Steel, Chestplate, Redstone, ein Thunderstuff, keine Ahnung, was der macht, aber ich ne, mein... Ein, ein Stuff ist ja ein Stab. Ja. Dann dürft ihr Donner werfen, wahrscheinlich, dieser Stab. Es könnte in der Tat... Möchte ich jetzt einfach mal so angemerkt haben, Herr, äh, Dena. Ja, ist ja in Ordnung, wenn du was anmerken willst. So, das wollte ich jetzt einfach mal suchen. In diesem... Oh, in der Gunpowder war da ein bisschen was drin. Gunpowder? Das ist gut, das kann man gebrauchen. Und ziemlich viel Enderpearl, soll ich das mal mitnehmen, sowas? Vielleicht kann man daraus Enderpearls machen, warum nicht? Enderpearls? Ja, ich schätze natürlich nicht umgekehrt. Ich glaube, es geht nur, man kann daraus Enderpearls... Ich hab ne Portal Gun! Echt? Nice! Ja! Alter, geil, sehr cool. Woo! Nice, nice, nice. 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 Du meinst, wir haben ne Portal Gun? Ich hab ne Portal Gun, die ist persönlich und nicht übertragbar, mein Lieber. Das ist ja wohl klar. Mit jedem Tag, den wir dieses Projekt aufnehmen, einfach mehr. Portal Gun Pedestinal habe ich auch noch. Ich glaube, da war nur so eine Sache, um die aufzustellen oder so. Ich muss mal kurz hier ein bisschen was umsortieren. Hier war so ein Revies, die haben so Rüstungen und so weiter. Da tue ich mal hier rein. Es gibt dann mal neue Plätze hier. Willpower, wo auch immer das hier ist. Die seine Diamantspitz hat gesagt. Da hab ich auch wieder was, um selbst was reinzunehmen hier. Schlimm ist einfach, dass ich 30 Level verloren hab. Du hast? 30 Level verloren. 30? Ich hatte 32 Level, Junge. Nice. Oh, ich hab ein Adventure Badpack bekommen. Noch ein Backpack hab ich hier. Noch eine Lampe ist am Start. Alles mögliche. Musik und so weiter. Noch mehr Gunpowder. Nice. Gunpowder brauchen wir auf jeden Fall für den Kampf, ne? Ja, ja, eben. Das brauchen wir, um Waffen zu machen und so weiter. Also, um die Waffen zu füllen von den Kampfhubschraubern. Das ist mir schon absolut bewusst, wofür das sozusagen jetzt hier ziemlich, ziemlich wichtig und sinnvoll wäre. Aber es gibt viele wichtige und sinnvolle Dinge. Und auf deren Suche bin ich ja gerade sozusagen ja auch, du. Alter, du kommst langsam mal zurück. Du, ich komm gleich. Mach mal schön, mach mal schön. Alles gut, dann kümmere dich um Essen und so weiter. Das wäre mal eine sinnvolle Beschäftigung für dich. Ich mach was viel sinnvolleres, als das Essen zu machen. Was machst du bitte sinnvolles, hä? Das werde ich dir jetzt nicht verraten, das musst du gleich sehen. Wir sind ein Team, wir müssen zusammen, aber... Ja, so viel zu der Portal Gun, ne? Wir sind ein Team, Alter. Weißt du, wenn du schon wieder Besitzansprüche stellst, wie soll ich dann... Wie Besitzansprüche, du? Das ist einfach, wie es ist, sag ich dir einfach. Das sind auch keine Ansprüche, das ist einfach wie... Also, das ist halt irgendwie so, das sind die Fakten, das ist die Lage der Dinge. So, das soll... Ich verstehe nur. Dass dir das nicht einleuchtet, du, ja, das finde ich auch immer merkwürdig, du. Also, das kann ich komplett weg hier. Ähm, oh, da kommt ein kleiner Zombie an. Und das ist nicht... Mit dem ist nicht zu Spaß, wenn jemand packt, weil die haben teilweise... Oh, 87 Leben, schaut's, Leute. Das ist... Nicht so einfach. Schlimmer wird's noch, wenn es irgendwie Skelette sind oder Creeper. Wobei ich ja immer noch keinen Creeper gesehen habe. Vielleicht hab ich auch noch keine gesehen. Du? Ich hab noch keinen einzigen Kack-Creeper gesehen. Das ist echt komisch eigentlich. Das ist true. Ein bisschen merkwürdig muss ich ja dann doch sagen. Das ist true. Oh, den hat das Achievement Benchmarking bekommen. Jep, jep. Ja, ich muss ja wieder neuen Sprit machen, weißt du. Wie heißt der Sprit nochmal? Fuel. Einfach nur Fuel. Fuel. Welches von dem Fuel? Grüne oder... Ja, das ist grüne, ne? Ja, ja, genau. Okay. Dankeschön. Oh, fuck. Jetzt muss ich... Ich muss den Beiler bekämpfen hier. Aber ich hab ja das mega geile Schwert. Alter, das ist ja krank. So, ein bisschen Fuel. Helfen müssen wir auf jeden Fall später mal verlagern. Gut. So. Da kommt er nochmal und da ist er down. Okay, so. Dann schnell hier mal kurz, ne? Ich weiß schon genau. Vermissen dich hier im Dorf, Felix. Du vermisst mich? Ne, wir. Oh, das ist ja süß, dass du mich vermisst. Wir vermissen dich. Wer ist wir? Ja, das siehst du dann. Ich hoffe, ich muss das nicht sehen. Kann man das hier nicht irgendwie hintun? Oh Mann. So. Jetzt können wir nochmal hier das hier hoch. Die Äpfel können auch hoch. Dann ist ja auch alles wieder schön im Inventar drin. Okay. Wupp, wupp, wupp. So. Okay. Alles klar. Alles klar. So, mein Lieber. Das ist alles nur für den besten Zweck hier alles. Für den besten Zweck. Für den besten Swag. Für den besten Swag sowieso. Okay. Und so. Ups, nein. Falsch herum. Wie war das nochmal? Ähm. Wie füllt man nochmal ein neues Fiel ein? Ähm. Einfach mit R. Mit R? Ja. Wie sagt er bei mir? Macht er so krrrk 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 krrrk. Wenn ich das drücke. Ist dein Helikopter kaputt? Warte, ich probiere es nochmal. Ah, jetzt geht's. Okay. Gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, du mein Lieber, dann komme ich doch hier mal ganz schnell auf jeden Fall wieder her. So. Ich komme jetzt in meine Frauen. Okay, und ich komme hier. Ja, ich bringe dir deine Frauen jetzt nach Hause. Jetzt haben wir wieder, ja, wirklich die ganze Folge habe ich nur damit darauf verwendet, dass ich hier nicht zu dir zurück nach Hause kann. Wie sind deine Koordinaten? Dann komme ich da direkt her. Kennst du, hast du doch oder nicht? Ja, sag sie mir am besten nochmal. Mir ahnt er Böses. Das ist, warte, das ist 400, 400 und 150 ungefähr. 400 und 150, alles klar. Ja, 350. Genau, die falschen Koordinaten gehabt der ganze Zeit. Ja, das hätte dann eh nicht funktioniert, wenn du zu Hause geflogen hättest, du Kugel, Alter. Natürlich hätte das alles funktioniert. So, ich komme jetzt auf dem allerschnellsten Weg, komme jetzt zurück nach Hause, weil deine Frauen, die musst du jetzt natürlich wiederbekommen. 400 und 100, so. In die Richtung, Leute, müssen hier ein bisschen fliegen. 400 und 150, da war ich ja wirklich leider komplett falsch. Man kann es nicht mit der Karte eigentlich Wegpunkte machen, oder? Das müssen wir ja nicht mehr machen. Irgendwie geht das, ja, ich weiß noch nicht genau, wie. Ich glaube, du kannst mal, guck mal nach bei Controls. Da müsste es ja stehen, Controls sind dann bei der Map, die müssen eigentlich ziemlich am Anfang stehen. Ich muss hier gerade deutlich wichtiger was machen, okay? Wenn du meinst, dass es irgendwas Wichtigeres gäbe als das, dann ist dem vielleicht so, okay. Kann ich akzeptieren. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon wieder ungefähr zu Hause. Ich bin jetzt über der Burg. Bist du gerade in der Burg? Ja. Okay. Siehst du mich hier schon? Ist das denn die richtige Burg? Ich glaube schon, wo ich hier bin, oder? Nicht da oben. Ja, da bist du, da bist du. Komm. Okay, okay, ich komme runter. LOL, du hast einen fetten Heli-Tack gemacht. Nice. Sehr geil, Alter. Sehr geil. Wo bist du? Nice, oder? Sehr schön, und? Bin unten. Komm runter. Okay, 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 du. Ich komme ja schon. Komm zurück, komm zurück. Hey, warte mal, Felix. Ja? Bist du ein dummer Wichser, bist du, ne? Wo bist du, hä? Hör auf, Mann. Ich habe gerade alles aufgebaut, du achten, Alter. Willst du mich verarschen, Mann? Felix, ich weiß genau, dass meine zwei Weiber dich da drin sitzen. Du Arschloch. Oh, Mann, wir spielen in Minecraft. Sind du eigentlich dumm, oder was? Jawohl. Oh, nein. Felix. Oh, ja, ja, ja. Alles gut. Bring. Ich fliege sofort zurück und hole die beiden. Wo bist du, wo bist du? Ich habe hier... Ey, guck mal, was ich hier gemacht habe, Mann. Ich baue hier eine richtig gute Stadt, Alter. Für uns, du machst alles wieder kaputt. Ich mache gar nichts kaputt. Die machen keinen Schaden. Die machen nur Schaden an dummen Spielern wie Revi. Felix. Ja? Wo sind die beiden? Du. Die sind an einem besseren Ort. Sie haben mich darum gebeten, dass ich ihn nach Hause bringe. Haben sie nicht, Mann. Das hast du dir ausgedacht. Was war die Scheiße? Was war die Scheiße? Ich habe sie nach Hause gebracht, wo sie herkommen. Aber ich weiß nicht mal, wo die sind, oder was? Ja, ich habe sie komplett versteckt. Du, an einem sicheren Ort sind jetzt deine. Und die werden ein besseres Leben führen. Und ich hoffe, dass du deine nächsten Freundin mit ein bisschen mehr Respekt behandeln wirst. Am besten holst du dir gar keine Freundin mehr. Das ist so unnötig. Nee, das ist so unnötig. Warum machst du denn sowas? Das wäre am besten für dich und für die ganze Welt. Ich hasse dich, Alter. So, und jetzt wirst du vielleicht mal einen schönen Stadttor bauen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, mein Lieber. Und ich hoffe... Die Schnauze. Halt einfach die Schnauze. Ist das schön, dass du keine Freundin mehr hast. Ist ja endlich wieder entspannt. Man kann ja wieder mit dir reden, ganz normal. Boah, ich hasse dich. Wollen wir viel abspielen, oder irgendwas? Ey, ey, Alter, ich mach dich kaputt. Du hast ein Opfer. Mann! Ich mach dich kaputt. Aussage Dena YouTube. Alles klar. Vielen Dank für die Zuschauer, euch Jungs. Ich gehe morgen weiter auf dem Kanal von Revi um 14 Uhr. Und ich glaube, ihr seid auch alle froh. Seid ihr auch alle froh, dass Revi endlich keine Freundin mehr hat? Falls ja... Oh, eine asoziale Kacke, Mann. Du bist der Adas, ja, okay. So, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Drückt einfach mal, smelt einfach mal den Daumen nach oben. Endlich hat der Junge keine Freundin mehr. Das war auf jeden Fall mehr als notwendig. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt eine Auge, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Ciao.